Die Kraft der Zwerge begleitet mich hier bei Let's Play Dark Souls 2. Cool, ich habe Zwerge an meiner Seite. Zwei Stück. Stolz, oder? Yo, der Baum des Todes. Sieht ja nicht wirklich baumtechnisch aus, aber egal. Gut. Was wollte ich? Ach ja. Battleground Earth. Ich erinnere mich. In der letzten Folge. Gnomads Zwerge sind erledigt. Blutlosen sind erledigt. Die Kampagne ist auch beinahe erledigt. Finde ich geil. Jetzt schaue ich mir noch einmal die Erde an. Vielleicht finde ich noch die Reste der vier Engel. Und wenn nicht, dann ist es auch noch zu tragisch. Und blub. Der Rest kann sich Uran einfach nur vorstellen. Dann passt das auch. So. zur Erde. Erde. Schön. Finde ich cool. Der Apokalypse live miterleben. Live. Seht ihr? Das ist live. Da werden die Zuschauer noch mit eingebunden in den Kampf. Passt zu. War das gerade die Sense? Hat aber nicht gerade die Sense so gelacht, oder? Mensch. Angst. So. Warte Freunde. Eine Waffe bitte. Danke. Ein Stein. Gut. Meine Waffe läuft. Dann schauen wir uns einmal an. Was sind wir hier eigentlich? Ist das New York? Ich weiß gar nicht. Ich war noch nie in New York. Aber an den Häusern würde ich das schon sagen, dass das aussieht wie New York. Hm. Ein Loch. Was bringt das Loch hier? Such. Nicht gut. Da ist ein Loch. Komplett ohne Sinn. Ohne Bedeutung. Hm. Schöne Einrichtung. Seht ihr? Das ist moderne Kunst. Das ist einfach die Architektur der heutigen Zeit. Einfach mal so ein Loch reinbauen. In der Mitte. Ruther Tut. 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 Gut. Das war's gerade. Da haben wir nichts gravierendes... Ha ha ha. Joah. Hm. Die Schusswut... hey nicht rein das sieht mir so eingangstechnisch aus dieses Haus oder wir zerstören es einfach ganz klassisch diese Waffe finde ich irrsinnig gewaltig gut was willst du? bäh man nennt mich Death Metal ein wunderschönes Haus weiter breit No Angels Death Metal und No Angels krass ich suche einen Engel er ist halbtot oder eigentlich sind es vier Engel, die ich suche du bist kein Engel deine Mutter auch nicht es ist so still gut ich glaube dann bin ich nur ein irrsinnig großes schlampiges Wesen seitdem das boostet Nummer 2 oder? ich finde den 8 werde ich bestimmt nie finden genau wie die vier Engel aber man kann sich irgendwie tun sehen wir haben ja die Zeit wir haben ja die Zeit für den nächsten Folge bin ich dann das Display fix ich sage jetzt keine Engel finde dann war's das ich suche einen toten Engel einen halbtoten Engel suche einen toten Engel einen halbtoten Engel komm zu Vater Tod nichts gravierendes da komme ich nur in den Zoo, oder? nein, nein okay hier, was bist du denn? ach, tot, genau oh, jetzt ist er tot hat er Batz gemacht hat er Batz gemacht oh cool yo, bist du zufällig halt tot? nee er ist ganz tot der drückst du voll ja der simuliert doch nur, das sieht man doch da habe ich ja schon eine Engel abgemurkst, oder? da war da irgendwo einer, einmal früher ach ja das Leben ist schön sagt ein Typ, der ist tot im Namen ja ja, weißt du, diese Engel, die können sich dort überall verkriechen in jedem Eck, in jedem Loch überall hallo ist da jemand? deine Mutter ein Spruch, den man immer bringen kann und immer gleich dumm ist dumm dumm in Serie hm tja, eine sehr stabile Brücke eine Brücke aus dem Brückenbausimulator mhm mhm ratata nein seid nicht fies zueinander die haben wir nichts besonderes nein nichts ratatatat, nein nischt hallo nein, da ist nichts nein, ich seh nichts nichts, das sich bewegt kein einziger Feind weit und breit brav ein kurzer Kontrollblick ja der gefällt mir cool so, einmal kurz ein Blick auf die Decke huch da liegt eine Seite so liegt denn da eine Seite oder besser gesagt warum hängt da eine Seite seltsam hm 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 da siehst du es zwar gelacht nicht aus hm hm das war vielleicht sprengen oder so hm 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 wenn du die Seite zerstörst kommst du bestimmt ans Ziel hm 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 Das wird viel bringen. Hier, bloß. Das ist vielleicht irgendwo ein Grab-Pointer oder so. Hm. Das verwirrt. Weil ich komme ja da auch sonst dicht hin. Am nächsten würde ich plötzlich auf das Rohr hier stellen. Aber wie komme ich auf das Rohr auf? Ich bin sehr verwirrt. Da komme ich ja nicht lang. Nein. Hm. Huch. Was war das? Cool. WIEW! 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 Ah, cool. Nice. Achso, das ist mein Vogel. Ich habe einen Vogel. Hihihi. 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 Guh. Rattatatatatatatatatatatatatatattat. Okay. Da haben wir ja nichts irgendwo oben, oder? Oh, schwer vorstellen, weil... Chrer vorstellbar. Dass im Anfangbereich irgendwo ich eng 새hen soll. Ich meine habe ich ja hier erst die Snarchüyor bekommen. Hm. Geh mir an. Hello. Hello. Bam. Ja, genau, dich mein ich. Hier. Bistig. Wir wollen dich hier nicht. Ach ja. Es gibt nur noch einen blauen Stein. Das ist cool. Aber nach denen suche ich nicht, versteht ihr? Ich suche nach Engel Nach Seiten des Buchs der Tod und so weiter und so fort Richtig Nein, Tod, Alter Süß Hallo Ich suche so einen Typen im Panzer mit Flügel Mit einer Frisur wie eingelauert Weg Was haben wir hier schon? Tja Was hatten wir hier schönes? Oh Oh Alle boot gemacht Hm Oh Ich meine gegen den Nos müssen wir hier nicht mehr kämpfen Nossa Nossa Jawohl Und ich habe ihn getötet Das ist das Schöne, versteht ihr? Das Lied Ich habe ihn getötet Ein Widerstandsstein Ist aber immer noch ein Stein, versteht ihr? Das macht es kaum besser Ich habe ihn getötet Diese Kategorie Ich habe ihn getötet Nein, ich habe ihn getötet Ich habe ihn getötet Ich habe ihn getötet alle haben wir auch nichts ich habe schon einige da haben wir einen ja sie ganz sinnlos dann kann ich auch diese folge auch gleich beenden dauert sie nicht mehr so lang wir blicken die freiheit hinaus und damit sage ich das ging jetzt schnell vorbei die Zeit ähm egal bis zur nächsten Folge von Let's Play Dark Souls 2 ich freue mich darauf Tschüss